US Army Convoy mit Tiefladern, schweres Gerät, Panzertransporter auf der A93 von Hof in Fahrtrichtung Weiden. Also potenziell Ziele, wahlweise Truppenübungsplatz Grabenwöhr oder Truppenübungsplatz Hohenberg, Hohenfels, Entschuldigung. Das ist eine ganz schöne Kolosse, allerdings auch entsprechend gut abgesichert. Mit einer Reihe von Begleitfahrzeugen hat man in der Menge auch selten bei uns auf deutschen Autobahnen.